Ein Sechszimmermehrfamilienhaus steht hier zum Verkauf. Es befindet sich im Kreis Hannover. Das im Jahr 1970 erbaute Zwei-Etagen-Haus wurde 2009 saniert. Das Gebäude verfügt über einen Keller sowie zwei Garagenparkplätze. Es hat vier Schlafzimmer, zwei Badezimmer und eine Gästetoilette. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 670 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 173 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis beläuft sich auf 229.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.